Bist du bereit, tiefer zu tauchen, dem Leben wachhaftig und ehrlich zu begegnen, dich selbst und deine Aufgabe zu erkennen? Willkommen in der Alchemy Soul Academy. Hier findest du evolutionäre Yoga-Ausbildungen, die dich dabei begleiten, Meisterin deines eigenen Lebens zu werden und zugleich andere damit zu inspirieren. Die Alchemy Soul Methode verbindet traditionelle Techniken mit modernen Herangehensweisen und zeigt dir Schritt für Schritt, wie du ganzheitlich und integriert Yoga lebst und lehrst. In unseren Signature Trainings reist du mit den fünf Elementen Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Die Erde, die den Körper ehrt, das Wasser, das dich fließen lässt, das Feuer, das transformiert, die Luft, die das Leben feiert, der Raum, in dem sich alles entfalten darf. Durch Reinigung, Aktivierung und bewusste Verbindung mit den heiligen Elementen beginnst du deine eigene Transformation zu lenken und lernst so auch transformative Räume für andere zu halten. Was, wenn jede Träne zu mehr Mitgefühl, jeder Schmerz, zu mehr Liebe, jede Frage zu einer Antwort, jeder Knoten zu einer Lösung und jede Herausforderung zu einer Erkenntnis führt? Was, wenn ich dir sage, dass es Techniken gibt, die dich genau dorthin führen, wonach du dich schon immer gesehnt hast? Zu mehr Du, mehr Verbindung, mehr Herz und mehr Sein. Ich lade dich ein, dein Leben mit Offenheit, Mut, Neugier und Freude auf eine neue Ebene zu bringen und das Leben zu tanzen und zu zelebrieren mit allen Facetten, die es zu bieten hat. Dein Weg kann hier beginnen mit einer Einladung, die ein neues Tor für dich öffnet. Du bist die Veränderung, du bist das Leben, du bist die Liebe. Du bist die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Hadi Om Tat Sat